Was geht ab, Leute? Euer Frapses hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um die ganzen neuen Skins, die jetzt demnächst auf uns zukommen werden. Und ihr wisst es selber, Leute, immer mache ich halt diese ganzen Videos für euch, wo ich diese Skins euch in-game zeige. Das heißt, ihr könnt schon vorausplanen, ob ihr euch diese Skins kaufen möchtet oder eher nicht. Auf jeden Fall würde ich jetzt sagen, bevor wir zum eigentlichen Video kommen, Leute, lasst mir gerne mal einen Daumen da. Vielleicht schaffen wir die 27 Likes hier auf dem Video. Und was mich mega freuen würde, ist, wenn ihr bei meinem Gewinnspiel mitmacht, dort habt ihr nämlich die Möglichkeit, bis zu 100x10 Euro Guthabenkarten zu gewinnen, den Nintendo Switch, Royal Bomber Skin und das Deep Freeze Bundle in Fortnite. Was ihr dafür tun müsst, locker easy, Leute. Ihr müsst einfach gerne mal einen Daumen da lassen, ihr solltet abonnenten des Kanals, ihr solltet die Glocke aktiviert haben und ihr müsst Hashtag Fraps450k kommentieren. Das Gewinnspiel geht bis zum Ende des Monats und dann werden die Gewinner ausgelost. Jetzt würde ich aber sagen, genug ihr Quatsch, starten wir mit dem Video. Let's go! So, Leute, wie ihr sicherlich wisst, ist es Donnerstag soweit. Und zwar wird der Woche 7 Jagdgruppenskin endlich veröffentlicht. Diesen bekommen wir, wenn wir die Woche 7 Challenge komplett abschließen und dann können wir uns diesen Skin kostenlos abholen, beziehungsweise wir bekommen ihn einfach kostenlos dazu. Morgen werde ich natürlich ein paar Videos dazu machen, die werdet ihr dann aber im Laufe des Tages schon sehen. Ich werde jetzt mal als allererstes mit dem Woche 7 Skin anfangen und dann arbeiten wir uns einfach ein bisschen hoch, würde ich sagen. Jetzt blende ich euch einfach mal ganz kurz ein Gameplay ein und dort könnt ihr auch bereits den Woche 7 Skin im Hintergrund sehen. Ich persönlich muss sagen, ich finde den übertrieben geil. Vor allem seinen Rucksack finde ich so cool, Leute, denn hinten auf dem Rucksack steht einfach, wie viele Kills ihr gemacht habt. Natürlich haben wir auch hier eine Spitzhacke dieses Mal bei dem Skin dabei, und zwar Axe und wir haben hier auch beispielsweise direkt den Charakter, wie er halt so ein paar Emotes macht. Diese Emotes werden auch im Laufe der Woche halt released und ihr könnt selber sehen, Leute, der Skin ist mega cool. Das ist halt so ein Roboter, der mir persönlich übertrieben gefällt. Er hat in der Mitte im Bauchbereich hat er einfach nichts, da ist einfach nur so eine Stange drin und Leute, ihr müsst bedenken, dass bei diesem Skin so ist, dass er gefrorene Füße hat, beziehungsweise da ist ein bisschen Frost dran. Doch warum, weshalb und wieso werden wir wohl wahrscheinlich noch nicht erfahren. Ich denke mal, das Ganze wird irgendwann noch aufgelöst oder halt dementsprechend morgen. Vielleicht ist es auch so ein kleiner Teaser, dass demnächst jetzt halt Weihnachten vor der Tür steht. Weil warum sollte dann der Roboter gefrorene Füße haben? Naja, auf jeden Fall finde ich den Skin übertrieben geil. Wie ich bereits schon sagte, sein Rucksack ist auch super cool. Es zeigt euch an, wie viele Kills ihr gemacht habt in der Runde und ich persönlich finde das einfach mega nice. Auch eine richtig coole Idee. Und gerne auch beispielsweise im Hintergrund jetzt halt diese ganzen Emotes sind, die jetzt in Zukunft auf uns zukommen werden. Und ich finde sie einfach auch mega cool. Also bei den Emotes kann man auch nichts falsch machen. Da gibt es halt schon die ein oder anderen interessanten Emotes. Auf jeden Fall, Leute, sind das nicht die ganzen Skins, die ich euch jetzt zeigen möchte. Hier haben wir unter anderem diese Football Skins. Und die könnt ihr ja auch gerade mit rund sehen. Und so sieht das Ganze einfach aus, Leute. Wie die Charakter auswählbar sind, beziehungsweise wie man einfach alle Mannschaften auswählen kann. Wie ich schon bereits sagte, man kann zwischen der Zahl zwischen 0 und 99 auswählen. Dann müsst ihr halt selber entscheiden, was ihr am besten nimmt. Und ich finde es einfach mega cool, dass wieder sowas cooles in Fortnite hinzugefügt worden ist. Beispielsweise haben wir hier auch diesen Schiedsrichter-Skin. Und zwar ist es auch so ein Charakter, der recht selten erscheint. Den gibt es nicht so oft, sage ich jetzt mal, als Charakter. Und ich finde den mega cool. Ist auch ganz schlicht gehalten. Und Leute, wir müssen natürlich auch bedenken, dass der hier in grün ist. Das heißt, er ist auch nicht so teuer oder so. Also es ist absolut fair. Da kann man auch nichts falsch machen. Und was ihr halt auch noch wissen solltet, ist, dass es halt auch einen männlichen Schiedsrichter gibt. Den könnt ihr auch gerade hier im Hintergrund sehen. Ich finde den auch ganz cool, aber da finde ich die weibliche Variante ein bisschen besser. Und ich finde, man muss jetzt nicht unbedingt zwei Charakter von derselben Sorte besitzen. Deswegen solltet ihr euch halt entscheiden, ob ihr euch dem männlichen oder dem weiblichen Skin gönnt. Ich persönlich finde, wie ich bereits schon sagte, den weiblichen Skin ein bisschen besser. Auf jeden Fall würde ich sagen, Leute, wir checken jetzt mal ganz kurz die anderen Skins ab. Wir haben hier beispielsweise weitere Football-Charakter im Hintergrund. Und davon gibt es ja sieben Stück, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und da muss man halt auch selber entscheiden, welche man sich gönnt. Es wäre nicht so klug, meiner Meinung nach, sich jeden Football-Skin zu kaufen. Wenn, dann würde es Sinn machen, wenn ihr euch vielleicht einen männlichen und einen weiblichen kaufen würdet. Und dann könnt ihr halt da halt die ganze Zeit hin und her switchen, von den ganzen Logos oder allgemein von den Nummern her. Und ja, Leute, ihr seht im Hintergrund eigentlich dann nichts weiteres. Es werden dann halt jetzt noch im Laufe des Videos die ganzen Teams durchgeswitcht, wie die aussehen. Aber das möchte ich euch jetzt nicht antun. Das werdet ihr schon sehen am 10. November, wenn das Ganze in den Shop kommt. Schauen wir uns doch mal jetzt die anderen Skins an, die ich noch nicht gezeigt hatte. Und zwar haben wir hier diese Flap-Yaki beispielsweise. Das ist so ein Charakter mit einem dicken Schal, mit einer dicken Jacke. Und das sieht immer so voll cool aus. Das ist so ein bisschen fluffig. Gefällt mir einfach. Ist auch so ein Hasen, in so einem Hasen-Stil gehalten, mit so großen Ohren. Und ich muss ehrlich sagen, der Charakter an sich gefällt mir. Auch das Rücken-Accessoire ist mega cool. Da ist halt so ein kleiner Hase dran, der halt da die ganze Zeit hin und her wackelt. Und ich bin ehrlich, das ist auch mal wieder so ein Skin, wo ich sagen muss, dass er mega geil ist. Auf den habe ich super Bock, Leute. Und ihr könnt auch, wie ich bereits schon vorhin sagte, die ganzen Emotes sehen, die wir bereits schon erhalten haben. Beispielsweise Criss-Cross haben wir schon bekommen gehabt. Aber die anderen werden noch demnächst ins Spiel hinzugefügt. Heute beispielsweise kam mir auch wieder Bullseye in den Shop. Und zwar bei den täglichen Gegenständen. Da solltet ihr auch meiner Meinung nach safe zuschlagen. Aber Leute, gehen wir doch mal direkt weiter mit dem, ja, mit den nächsten Skins einfach. Wir haben hier im Hintergrund dann diesen richtig ehrenhaften Skin. Und zwar Yeeha. Das ist halt sozusagen die weibliche Variante von dem, den wir bereits kennen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist so ein geiler Skin. Auf den freue ich mich übertrieben. Das ist die Headhunterin mit diesem coolen Lama. Und da habe ich übertrieben Bock drauf. Und das werde ich mir sowas von safe gönnen, Leute. Und ich finde die Idee dahinter natürlich mega cool, dass das Ganze halt als weibliche Variante auch noch hinzugefügt wird. Einfach mega geil gemacht. No joke. Mega geil. Mega geil. Kommen wir aber jetzt mal direkt zum nächsten Skin, Leute. Und zwar wäre das dann hier der Samurai. Mit seinem riesengroßen Rückenaccessoire. Ich finde diesen Charakter übertrieben fresh. Beispielsweise könnt ihr auch gerade hier im Hintergrund die Spitzhacken sehen. Das ist halt von diesen Jackencharakteren die Spitzhacke. Natürlich gibt es noch eine männliche Variante, die ich euch gleich zeigen werde. Vom Samurai die Spitzhacke haben wir dann auch hier noch einmal. Und ja, das sieht einfach mega cool aus meiner Meinung nach. Da kann man auch nicht wirklich was falsch machen. Hier haben wir den Gleiter von diesem Jackenskin. Dann haben wir den Gleiter von dem Samurai-Skin. Der auch brutal geil ist, muss man auf jeden Fall sagen. Und der Charakter jetzt hier an sich, mega geil. Er kostet 2000 V-Bucks, aber ich finde ihn irgendwie ein bisschen extravagant. Klar, jetzt gibt es diese Musa und Heimskins. Aber das ist nochmal ein bisschen anders. Er hat so richtig krassen Rückenaccessoire. Da haben wir halt so Flügel, die gebildet worden sind. Mit so kleinen Schwertern. Das finde ich einfach mega geil. Das sieht meiner Meinung nach mega, mega fresh aus. Und das werde ich mir safe zulegen, denke ich jetzt mal. Weil die Charakter einfach mega cool sind. Jetzt als letztes, Leute, zeige ich euch nochmal kurz die männliche Variante von diesem Jackencharakter. Und dann nochmal diese zwei komischen, getarnten Skins. Ich habe echt keine Ahnung, was genau das für Skins sind. Aber es sieht auf jeden Fall so aus, als ob das irgendeiner Einheit zugehört. Und ihr habt gesehen, es gibt davon eine männliche Variante und eine weibliche Variante. Wie ihr jetzt gerade im Hintergrund sehen könnt. So viel auf jeden Fall zu den ganzen Skins, die jetzt in Zukunft auf uns zukommen. Mehr gibt es eigentlich hier auch nicht zu zeigen. Das waren eigentlich soweit schon alle Skins. Ich hoffe, soweit haben euch die ein oder anderen Skins gefallen. Ihr könnt mir ja gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Würde mich jetzt mal interessieren, auf was ihr so steht. Beziehungsweise, was euch jetzt hier von den Skins her gefallen hat. Ich persönlich finde am geilsten jetzt wirklich diese Schiedsrichterin. Dann finde ich natürlich den Woche 7-Skin übertrieben geil. Ein paar Football-Skins sind echt cool. Und was auf jeden Fall auch noch ein sein muss, sind diese, beziehungsweise ist diese Headhunterin mit dem coolen Lama. Das muss meiner Meinung nach sein. Und das werde ich mir safe gönnen, Leute. So viel auf jeden Fall zu dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne mal einen Daumen da. Und Leute, vergesst natürlich nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und teilt das Video gerne mit euren Kollegen. Würde mich mega freuen. Ich verabschiede mich aber jetzt hier an der Stelle und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Leute, haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Frips. Ich verabschiede mich aber einfach schiede mich. Ja. Ich schiede mich jetzt hier an.